Fortnite, aber wenn ich den Zug verlasse, endet dieses Video. Wir springen drauf, let's go! Und hier ist einer. Oh, er ist vom Zug runter. Ich darf nicht runterspringen. Nice, wir haben ihn down, sehr stark. Oh, er hatte eine geile Hammerpump. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich glaube, ich werde die MP weiterspielen. Mal gucken, was in der OP-Chess hier hinten drinnen ist. Oh, die ist fast aufgeladen. Fast ist sie voll, fast ist sie voll, fast ist sie voll. Let's go, wichtig. Okay, ein Big Pot. Den take ich auf jeden Fall direkt zusammen mit den Minis. Oh, hier von der Seite kommt ein Rocket League Auto. Ist der hier, da? Der ist auf den Zug aufgesprungen, ja. Das ist einer für. Dead, let's go, wichtig. Ich habe hier hinten hoffentlich noch ein bisschen Healing. Mad Kid noch, ganz, ganz stark. Mad Kid ist healing ganz schnell. Ich hoffe, dass in der Zeit jetzt niemand kommt. Wir haben zwei Kills schon, perfekt. Und wir haben immer noch ganz gut Healing. Es schaut gut aus, es schaut gut aus. Stell ich mal vor, wir gewinnen den Lücken oder so. Ich gehe lieber mal in den Zug rein. Ich glaube, das ist cleverer, als irgendwie auf dem Zug hier drauf zu stehen. Hier kommt einer. Nein, nein, er hat mich...